Du hast dabei Sinn, da musst du, was man verpasst. Du sammelst aber dann nur die blauen Kügelchen raus. Luca weiß Bescheid. Du sammelst nur die Mega-Perls raus, meinst du? Ey, die haben schon lange angefangen. Das ist Giro und Ofis gegen Marius und die... Shusko. 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 Arthur! 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 Allee le glück! Allee le glück! Ey! Manu-Feed's time! Jesus kommt zurück. Manu-Feed, Arthur! Was? Hat er dir gesagt, dass du aufstehen sollst? Er wollte erst mal einen Tee haben. Da war ich so, gib keinen Tee. Und dann meinte ich so, ich kann dir Wasser geben. Er war so, nee. Und dann war ich so... Nee, ich will einen Tee, du Arschloch! Und dann hat er so die Cola genommen und ich sagte, du kannst die Cola jetzt nicht mitnehmen. Und dann wollte ich, ich hab gesagt, du kannst Wasser haben, weil ich nicht. Und dann hat er schon nach Hause geschickt. Geil! Arthur! Er hat gesagt, dir zähl, dass er... Hahahaha! Listen! Ich will die selbst glauben. So! Also Anna, lass dich jetzt nicht zahlen, weil jedes Spiel wird zu groß, aber... So! Ich will dich schon zahlen lassen. Ich hab kein Geld da. Oder ich zieh das auf deinem nächsten Preisgeld ab. Jesus muss doch nicht bezahlen. Dann mach ich das. Sorry, ich hab die große Sache. Jesus muss immer bezahlen. Ja! Ja! Garten! Eigentlich ist es halt mit Registrieren. Das ist Kahn, Jesus. Aber das hat er niemals außer... Du hast viel gemacht. Das ist Techno-Tiblan. Das stimmt. Ich glaub ich hab so eine Tätzer-Kozal. Tätzer-Kozal! Sorry! Du bist der König, der hat Land gekauft. So Party ist gratis. Party ist gratis. Vielleicht bin ich ein richtiger Verräter. Für mich ist das geil, dass er wieder nach Helgen spielt. Hey, du bist wie groß. Ich? Swagwater-Triblan. Weil ich vielleicht der Bote bin. Weil du Jesus die Füße gewollt. Scheiße! Hä? Ich bin entweder... Hä? Ich bin entweder Eva. Ich bin entweder Eva. Also weil Luma's Frau sitzt. Ja. Wenn... Luma... Die Luma ist Jesus. Ja. Weil er Berlin verlassen hat. Luma's Regen. Ein Song, du Gott. Von den frästhochischen Menschen. Was? Er ist in den Himmel aufgestiegen. Ja. Aber vorher hat Dennis... Dennis hat Luma dreimal geleugnet. Und vorher... Ich würde Luma niemals mehr leugnen. Und Luma... Luma ist mein... Ich glaube nur an Luma. Oh fuck. Wissen die, dass das Top 5 gemacht ist? Perfect Shadow ist... Easy. Nein! Perfect Shadow ist... Nein! Perfect Shadow ist... Sillit! Sillit! Aber nein! Die Rippe Adam. Ja. Dann bist du... Nee, das stimmt, ja. Er ist die erste Frau von... Ne? She's here. Von Adam. Also Luma. Also Luma ist ja auch die Kinder-Gemörderin. Ja. Das ist Perfect Shadow. Wir hatten uns verlassen. Ja, genau. Was? Perfect Shadow taucht nach... Haben wir ja Bibelreferenz? Ja! Ja! Das ist nämlich damals, als wir so... äh... Charaktere, Mädels, Religions... Ja, ja, genau. Was ist Peach? Das ist so lange... Mach mal das nächste... Peach war irgendwas extremistisches, glaube ich, ne? Falken war extremistisch... Falken war... Falken war... Extremistisch. Ja, Suniten. Ja, Suniten. Ja, Suniten. Und äh... Sheen-Mails waren, glaube ich, Sheen. Falken-Mails waren Atheisten, auf jeden Fall. Wacken-Wacken. Nö. Gottlose Bastard. Glaube man nicht, Bruder. Wacken. Falken-Mails sind Agnostiker. Oh, sie glauben daran, dass es klappt. Die Suniten sind Konservativer, ne? Die Suniten sind Konservativer, ne? Also Sheen? Ja. Ne, die sind immer auf unterschiedliche Weise. Das sind zwei Seiten. Ne, was sind Eiswiller? Iran ist zum Beispiel Sheen. Wacken. Wacken. Das ist eine richtige Regierung, aber nicht falsch. Das folgst du an sich. Du kannst jetzt nicht mehr zurückschalten. Ne, das ist vorbei. Wenn der Schaf von Persien das hört, dann wirst du auf jeden Fall befördert mit einem Amt politischer Relevanz. Ja. Wolltest du ein Menschen tragen? Ja. Ja. Ich will dir das jetzt in Berlin, wo er so im Bild macht und wie Jesus an dem Spiel socken dass alle anderen so 3-1. Ja. Leute, was geht denn bei euch? Das werden wir auch kein Traum machen, aber danke für den Tipp. Ihr seid in der Top 1. Meine Mutti, die will kommen hier mit, die würde das auch machen. Ihr seid Top 8 jetzt, ne? Ja. Wir sind diese Schwangerschaft. Wir alle anderen so ein bisschen gesetzt. Voll gut. JOS! Ja, ja! Und einer auch! Und LIPA macht das Bild. Wer waren die? Das waren die Greifswalder. Axis Uwe Kamala? An Axis Uwe Kamala! Ja, Axis udwe Kamala! Ihr spielt... Voll gut. Top 5 ist Best of 5. Ihr seid Top 6. Ja, ja... Mit JOS! Ihr spielt gegen Team Schwifter! Ja, so schau mal, du leidern. Mit so'n Pimmel raus. Aber es sind alles so richtig big dick, wenn es so... Konsti hält sofort Mund. Hey Gott, fliegt doch mit so Hose in dem Bild so rum. Da sind so die restlichen guten Berliner alle in dieser Wabbel so drin. So, sieh, Konsti... Keine Ahnung, du hältst irgendwie so den Schwanz von Arthur hoch. Konsti, dann hast du hier das nächste Meme-Theme für... Das ist wittig. Hast du hier das nächste Meme-Theme für... Religiöse Inhalte. Religiöse... Wenn Arthur zurückkommt, so wie so... Es ist Gott Donnerstag. Wenn Arthur zurückkommt, so Jesus Revenge oder so. Neues Testament. Neues Testament. So, dann gehst du immer ein Testament. Neuestes Testament. Neues Testament 2. Neues Testament 2. Neues Testament 2. Electric-Bugelung. Neues Testament 2 und... Ja genau, genau. Ja, du machst so irgendwie Buch-Bosis I and Buch-Bosis-I and Buch-Bosis and ust-3. Neues Testament. vie Alexandre-B Meneue Testament 3... Ja Ulrich NEIL- Das ist das Beste seit der Phantom-Denniss. Ich will best... Best auf reich hier. Der beste Spiel ist reich. Nächste Runde ist immer bald. Ist Niki dann ein Nazi? Warum? Weil er halt... Niki ist buchstäblich, trau keinen Promi. Niki ist dann definitiv... Niki ist Hermann Kühl. Hermann Kühl. Erst Heinrich Himmler. Aber ich glaube, wenn Heinrich Himmler Meni spielen würde, wäre er Foxman. Auf jeden Fall. Weil er so arsch-effektiv ist. Ja, halt... Nein, also... Bei Niki... Sollen wir uns ganz schnell aus dieser Gegend beginnen? Können wir bitte nicht mehr über das Dritte Reich reden? Was? Das hat einen ganz brutalen Turn genommen, seitdem du aufgestanden bist. Wir haben angefangen mit Nazi-Referenzen links und rechts. Warte, wie ist dieser Art, dass das... Und original, der Stream brennt. Men... Oh, Digga ist... Digga ist 1-on-1? Ja, Mann. Ist das Susko? Nein, nein, nein. Das ist Marius. Aber Susko hat... Hier oben hat mit Susko bei 0% das Lesen. Nicht verarschen lassen, Marius! Das ist eigentlich smart. Oh mein Gott. Ja, Abspash! Down-Tiltiger! Juhu! Junge, die Awareness! Mario ist so woke! Ja! Ja, Mann, Marius! Ah! 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 Ledslash! Und genau das was man machen muss, wenn man Ledslash nimmt, man muss ... Best of Five, ne? Let's go. Sorry, Destine. Oh, Best of Five? Ja, ja. Fast đi ist Winston Churchill. Er, vergon, wir haben entschieden was hier Best of Five ist. Ja, genau, das ist so witzig. Ist das nicht so viel mit Hannover PR, welche Leute auf uns weich melden? Was ist denn mit einer Kuti? Kannst du mal nicht ein Mini-Heldings? Mini-Held Deutschland, Titelbild oder so? Irgendeiner hat gesagt... Es gibt Hannover Day, meinst du das? Nee, nee, irgendeiner hat gesagt... Mann, Mini-Held, bitte macht mal für Deutschland irgendwie irgendwas mit uns. Irgendwie sowas. Ja. Es war mega lustig. Sie haben einfach nur ein Titel aus. Das war so gelern. Ja, was war das nochmal? Das war richtig lustig. Ich weiß nur da gar nie was... Einmal so im Hintergrund brennt alles. Man sieht so alte Häuser in Berlin. Da ist so ein Fox-Cup auf dem Bild. What the fuck? Das ist so lustig. Ja, so lustig. Natürlich. Oh, Jan-Boo ist Politiker. Wir sollten hier vielleicht vorsichtiger sein. Passt auf eure Flaggen auf. Die Flaggen sind das wahre Problem in Deutschland. Check deinen Primalik, Bruder. Du glaubst deine Flagge tragen? Nein. Digga, hier wo halt zweimal die mit dem Up-Throw mit so schwer ist. Nee. Das war richtig schlimm, Alter. Richtig schlimm, Alter. Was? Auch, Digga. Das ist schlimmer ein Fechner wie hier. Ja, aber dein Curvy ist nicht so schlimm. Das ist halt so schlimm, dass ein scheiß Young-Link-Curvy-Tier. Das ist mit vielen Säden. Du hast das Gimmick. Oh! Ja, aber du hast gesehen. Was war das denn? Das ist mal schief. Du hast vielleicht Auge, aber du kannst ja nicht anziehen. Du hast zwar Auge, aber du kannst diesen machen. Nicht diese. Ey, wenn noch einer hier so eine Newsreferenz reinmacht, dann spüre ich. Glaube ich, Amok. Ich hasse nicht mehr. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Ist gut. Egal, erst mal lol sagen. Loll, ey. Ex-D. Hast du gerade gesagt, alter Mann, du kannst mal schreien. Wow, der Hass ist real. Scheiß, mein Geht! Geht doch! Du bist der jüngste 22-Jährige nicht, bitte. Das ist so witzig. Das ist das Liebste, was jemals jemand zu mir gesagt hat. Ich weiß, dass du nicht für alt bist. Das sieht man mir auch nicht an. 24, die sag ich auch, ja. Die Leute fragen mich, Dennis. Wie kann es sein, dass du auch nicht für 24 kriegst? Ich sage, ich trinke viel. Das konserviert das Gewebe. Und wenn ich auch höre zu trinken, dann zerfällt es für immer. Ratio-Farm. Ratio-Farm. Ich sage, wie Dennis, da gibt es auch was von Ratio-Farm. Oh nein! Ja. Ich habe eine Zwillingsschwester, die genauso wie ich, auch als Mann. Ganz viel Koks. Das schickere Zwillingsschwester. Was hat er passiert? Was hat er gemacht? Was hat er gemacht? Was hat er gemacht? Was hat er gemacht? Ich gucke alle, Mann. Oh mein Gott, ich lasse aus. Ich verliere meinen kompletten Verstand. Genau, stimmt. Doch, muss man. Ein Lotje gegen zwei. Zwei Lotjes gegen eine Halse. Zwei Eins? Absolut gestört. OMG, this Kirby. Ey, warte mal. Wenn man zwei Curbys hat und die gewinnen. Und die machen dann den Tanz nach links. Oh mein Gott. Also gehen sie ineinander rein oder gehen beide nach links? Das ist so scheiße. Was hast du gesagt? Wenn beide Curvy kicken und beide gewinnen und beide Tanz machen, gehen dann beide nach links? Oder ineinander rein? Jetzt war das gleiche. Absolut verrückt. Was gibt's anders? In den Victory Posts gibt's noch nicht. Wenn zwei Eins, das sind... Vielleicht haben wir auch nie zwei Curbys gewonnen in der gesamten Spiel. Kennt ihr das aber mit Bowser? Nein. Sind die mit Bowser gegeneinander rein? Ne, mit Bowser kannst du halt... In der Bowser Challenge gab's ja früher. Old School 2005 und so. Oh mein Gott. Da gibt's halt drei Bowsers in einem Victory Post. Und der in der Mitte macht irgendwie so. Und die anderen beiden machen so, dass es richtig... Das zickste Album dropped. Von 2018. Guck mal, sie haben beide Charakter gespielt. Oh mein Gott. Oh shit, da sind Pummelhof und Eisclimber. Das gestört. Du kannst doch gegen die beiden nicht FD-Counterpicken. Was soll das? Oh mein Gott, Shushro. Völlig am Aufgeben. Alles vorbei, Alter. Shushro. Alles vorbei? Oh mein Gott, Food and L schreibt Pummelhof. Er ist so ein Gott. Pummelhof. Es ist schaschlig. Let's go, Fout and L. Fout and L. Wir müssen das mit Pummelhof machen. Er heißt davon wohl food and L, oder nich? Er heißt aber, food and L, oder nich? Es ist das Fout. Spricht trollendisch nicht food and L? Ne, ich glaube, es ist Fout. Weil ich bin W facebook immer witziger. Food and Lierer. Folgendes, wenn es holländisch ist, dann ist es immer von 2 Optionen, die du denkst DIN cuentziger. Das ist so lustig! Ich verliere komplett den Verstand, Alter. Was war das, Ted? Das war ein geiler Trollout. Bruh, er hätte resten müssen. Ophes fühlt sich nicht. Bruh, bruh, bruh! Ophes! Dabei sein ist alles! Türzug, Türzug! Und jetzt macht Ophes die Türzug! Ophes beendet nicht, Digga, komm, Alter! Mach mir jetzt kein Auge! Es kann sein, dass es nur ein Stopp Unterschied ist. Hau mal nicht auf Gött, Alter! Ophes klatscht so dermaßen auf Gött, Bruder. Oh Gott! Another one! Es ist DJ Ophes! Oh mein Gott, ist die? No! In charge, in charge! Team Servus, grüß Gott! Und Team Hambofa! Marius so big brain, wie nie einer ein Gehirn hatte. Was? Es ist Best of Five, ne? Ja, okay. Ja krass! Ophes und Hiro Winners Finals. Wie ist es ausgegangen? Nein! Nein!